Hallo, ich bin Lukas Rotpuller und das ist mein Dream Team. Im Tor spielt bei mir Manuel Neuer, weil er für mich der kompletteste Torwart ist. Rechts hinten spielt bei mir Dani Alves, weil er einfach so eine Leichtigkeit und Offensivspieler als Rechtsverteidiger ist. Innenverteidiger, die beiden, würde ich nominieren, David Luiz und Raphael Varane, weil ich einfach finde, sie sind im Moment einfach sehr, sehr stark. Linksverteidiger ist für mich David Alaba. Seine Karriere ist einfach überragend und was er jetzt schon geleistet hat, braucht man nicht dazu viel sagen. Auf der Nummer 6 spielt bei mir Gennaro Gattuso, weil er halt natürlich ein richtiger Abräumer ist. Halb rechts spielt bei mir Jaja Touré, weil er einfach sehr vieles kann. Halb links im Mittelfeld spielt bei mir Paul Pogba, weil er einfach auch ein Universalspieler, also ein Topspieler ist. Vorne spielt bei mir im Sturm spielt Zlatan Ibrahimovic. Seine Qualitäten sind bekannt. Rechts Lionel Messi ist einfach sehr gut. Und von links spielt Cristiano Ronaldo. Wer von den beiden ist besser? Das kann man nicht beurteilen. Also ich denke mal, diese Qualitäten sind außer ihr die Chancel besitzen. Deswegen will ich gar nicht viel dazu sagen. Mit solchen Spielern, glaube ich, braucht man nicht einen hervorheben. Junge